Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lake Ridden. Schön, dass du wieder da bist und das Ganze mit mir zusammen erkundest. Wir suchen unsere Schwester, die Sophia. Wir müssen wirklich jeden Winkel einmal abgehen, damit wir nichts, aber auch wirklich nichts übersehen. Das ist ein Spiel der Rätsel. Die Detektivarbeit ist jetzt hier sehr, sehr wichtig. Vielleicht verstecken sich auch Dinge einfach unter bestimmten Dingen. So, was steht denn hier? Liebes Tagebuch. Ich weiß nicht, meine Mutter denkt, ich bin mit Susi unterwegs, obwohl ich eigentlich mit Rich unterwegs bin. Er hat einen von diesen Freunden, Bob, der uns zu der alten Lake Ridden-Hütte fährt. Offensichtlich hängen sie öfter dort ab. Er wusste sogar den Code von dem verschlossenen Tor. Ha ha, ich habe überhört, dass er... Äh, was? Ich habe überhört, dass ich... Also, ich habe mitbekommen, wie er mit Bob darüber gesprochen hat, dass er... ...heute Nacht... Ich vermute, es soll bedeuten, dass er heute Nacht irgendwie... ...das Mädel hier rumkriegt oder so. Wird er aber definitiv nicht, hat sie reingeschrieben. Ich hoffe, wir haben eine überwältigende Nacht. PS, Rich ist so sweet and so corny. Er ist so süß und bla bla bla. Er hat die schönste... ...schönste Camp... ...Camping-Location bereitgestellt. Mit leuchtenden bunten Lämpchen und einem süßen Picknick. Wie von einer schlechten Romantik-Komödie. Auf keinen Fall wird mir so Simor glauben. Ähm, PPS, ähm... Ich fühle mich... ...zunehmend... ...schumm... ...schumm... ...schummrig... ...also schummrig. Ich hoffe nur, dass es mir... ...dass ich nicht krank werde. Toll, das ist die schönste Nacht... ...in all den Jahren... ...und überhaupt... ...und ich kann es nicht komplett genießen. Wenn ich hier irgendwas verpasse... ...wenn meine... ...ne, warte mal... ...wenn meine Schwester irgendwas verpasst... ...bevor ich hier... ...gehen kann... ...werde ich ihr niemals verzeihen. Wieso gibt es das hier nicht auf Deutsch, verdammt. Hat mich... ...hat er mich mit Drogen vorgepumpt? Ich muss unbedingt aufhören, so paranoid zu sein. Er ist doch so süß. Wir müssen bis morgen warten... ...bis Bob wieder zurück ist. Hm. Okay, und der Rich ist einfach nur... ...besorgt gewesen... ...und hat sich ganz doll um sie... ...um sie gekümmert. Also keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Alles klar. Ah, die haben sie dann wiedergefunden. Okay. Ja, was ist denn mit dem... ...ha, also der Typ ist weg. Wir finden wahrscheinlich auch das raus... ...was hier passiert ist. Müssen wir mal schauen. Bin ich ja gespannt. So, wir laufen einfach mal den Weg weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt dort nichts übersehen. Keine Ahnung. Ich hoffe, hier gibt es keine Jumpscares. Auf jeden Fall wird gerade gespeichert. Das ist schon mal gut. Und hier ist wieder ein kleiner Spot. Okay, hier sind Koffer. Koffer sind eigentlich nicht so ein gutes Zeichen. Was haben wir hier? Ach, da haben wir wieder das Buch. 12. März 1985. I've reached the old gate. It was exactly the same as when my brother and I passed through here. We jumped over the wall at night, but I am an old man now. Wieso lässt er seine Tagebücher überall liegen? Ist ja auch spannend. Ich habe eine kleine Box gefunden und ich versuche sie zu öffnen. Die Box ist unmöglich zu öffnen. Ich bin jetzt über die Wand gesprungen. Ich habe meine Tasche hier gelassen. Weil, ja, geht ja nicht mit dem Koffer und so weiter. Ich komme dann später wegen ihr zurück. Okay. Tasche holst du später ab. Verstehe. So, das heißt, wir haben hier eine Wand, wo wir rüber müssen. Frage ist es hier, oder? Also hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Das heißt, die Wand ist scheinbar hier. Also hier geht es wahrscheinlich auch nicht. Ach nee, warte mal. Hier ist ein Tor. Ja, da könnte irgendwie ein Türdrücker oder sowas rein. Dann werden wir jetzt auch mal gucken, ob wir da irgendwie raus rüberkommen. Ach, hier ist was. Ach, das ist die Schatulle. Das heißt, das ist die Schatulle. Das ist ja spannend. Also ich muss, hä, warte mal, ich muss mir das, glaube ich, merken, ne? Ich muss mir das kurz mal notieren, diese neuen Felder. Also es geht oben, ne, hier links, rechts, unten links, unten rechts, Mitte. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Okay, wir gehen rauf. Also links. Ah, interessant. Links, rechts, links, da. Das war falsch. Okay, nochmal. Was? Okay. Und wieder. Da, 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 da. Nochmal. Oh, I got it. Okay, Missing Piece gefunden. Also, ich bin ja eigentlich auch nicht so ein Rätselfreak-Freund für Rätselspiele und so weiter. Aber wenn sie funktionieren und man jetzt nicht irgendwie sonst was machen muss, ist es okay. Also, so ein bisschen so knüffelig dürfen sie sein. So wie das jetzt. Ist völlig okay. Ja, dann kann ich das da jetzt nicht reinmachen, oder? Äh, I have... Kann ich denn das da jetzt reinmachen? Ich habe das doch mitgenommen, ne? Warte mal, Inventar. Achso, okay. So läuft der Hase. Hup. Here we go. Und da sind wieder Handschuhe. Aber wie viel Handschuhe hat sie denn? Das macht jetzt keinen Sinn, ne? Weil wir hatten ja schon die Handschuhe gefunden. Zwei Paar. Also, wir hatten ein Paar gefunden und zwei Handschuhe quasi. Wieso liegt hier noch ein dritter? Das macht gar keinen Sinn. Okay, hier ist eine kleine Höhle oder sowas. Wir kriechen da einmal durch. Ja, das verstehe ich. So, okay. Was kommt jetzt? Was haben wir hier? Also, Grafik gefällt mir. Finde ich süß. Finde ich gut. Für dieses Spiel absolut angemessen. Hier geht es weiter. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas. Hier ist doch auch noch was. Ist das ein Irrgarten? Nein. Aber es geht hier nochmal kurz weiter. Vielleicht aber auch nur im Kreis. Schön. Ja. Voll schön. Vielleicht finden wir uns so wieder zurecht. Es wird ja gerade dunkel. Oder ist es die ganze Zeit schon dunkel? Ich weiß es gar nicht. So, da sind wir wieder. Hä? Sind wir nicht von da gekommen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. So. Okay. Hier ist wieder ein Rätsel. Jetzt müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Hier haben wir ein, ein, äh, eine Glüfe, irgendetwas. Was haben wir hier? Hier muss etwas rein. Da können wir nur was sehen. Hier vorne, da ist auch was zum Gucken. Naja, dann gucken wir hier mal. Die Symbols are of ancient knowledge. From the darkness, the emers, their power. Aha. Machen wir mal ein bisschen was an hier. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. So, wir haben hier eine Blume. Da muss was rein. Hier haben wir... Auch ein Symbol. Hier haben wir auch eine... ...Täne. Das ist voll stunning. Voll schön. Großartig. Okay, hier haben wir ein Schloss wieder. Das war extrem einfach. Ich gehe nochmal zurück, ja, weil, ähm... Ich denke, ich muss hier noch was machen. So, wir haben hier ein Symbol. Ich bin schon wieder einen Schritt vor dem... ...vor dem anderen. So, dann haben wir hier noch was. Was ist das hier alles? Edit to inventory. Hier machen wir ein bisschen Licht. Ne? Okay, das eine Symbol ist hier. Ich möchte gerne die Kerzen anmachen, weil mir so ist. Ich finde, ne, die Sachen müssen auch getan werden. Dafür ist das Spiel ja da. Hier komme ich nicht weiter. Das wird sich wahrscheinlich öffnen, wenn ich hier irgendwas gemacht habe. Das gefällt mir. Die Atmosphäre ist mega gut. So, im Inventar habe ich jetzt Steine. Zum einen habe ich diesen hier. Den kann ich ja hier schon mal hinmachen. Kann ich nicht? Hm. Also, wir haben... Das muss ich kurz überlegen. Wir haben... Wir haben welche Symbole? Was? Was? Wir sind ja nur vier. Das vorne an dem Ding, wo ich was reinmachen muss. Dann auf der rechten Seite das große Symbol. Dann dieses Dreieck. Und diese Schnörkelei. Dreieck. Das Ding. Und die Schnörkelei. Diese beiden... Leute, wir müssen das ordentlich machen. So viel Liebe fürs Detail. Hier muss jetzt einer von den Steinen rein. So, wir haben... Wir haben... Das macht für mich jetzt irgendwie noch keinen Sinn. Kann ich denn auch die Dinger da rein machen? Also da rein kann ich gar nichts machen. Okay. Diese Schnörkelei haben wir vorne. Hier diesen Fisch. Was ist mit dem? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Guck dich mal genauer um. Da ist dieses Dreieckding. Hier ist dieses Gedöns. Ich habe die Logik noch nicht erfasst. Okay, da ist der. Wer ist da? Oder muss ich einfach das? Ich muss, glaube ich, einfach nur das Symbol nehmen, was ich nicht sehen kann. Also wir haben den. Wir haben den Schnörkel. Wir haben den. Was ist das überhaupt? Muss das näher sehen? Kann ich nicht. Von da kam ich, ne? Das Ding hier. Okay. Da muss auch irgendwie noch ne... Die Lampe haben wir doch... Ne, ne, die Lampe haben wir. Okay, also wir haben... Den nehm ich mal wieder weg. Wir haben... Den da und den da und den Schnörkeldings. Den Stern. Vier von denen. Das heißt, zwei sind übrig. Einmal der hier. Kann ich denn irgendwo noch einen hinmachen? Da zum Beispiel. Hm. Oder mehrere? Das jetzt wüsste. Ach. Wow. Oh. Oh. Kann ich jetzt hier was machen, Leute? Muss ich den jetzt da reinmachen? Das ist ja spannend. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wenn ich jetzt eine Anhende reinlege. Wenn ich jetzt den da hinmache. Oh. Oh, der den. Oh. Ja, aber äh, äh, ähm. Okay. 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 Spannend. Ich hab, äh, keine Ahnung. Genau. Ich hab, äh, jetzt leuchtet er wieder. Aber was mache ich jetzt damit? Ja, das stimmt auch. Da ist der Richtige. Da müsste hier das Dreieck rein. Da gibt es hier einen Hint. Ich gucke mal, ob es hier einen Hint gibt. Ja genau, das versuche ich hier gerade heraus. Also, the stone tables I found seems to have a small recess on the top. Maybe I can put something in them, but which one is right? Maybe the symbol can be found somewhere. Okay, wir lassen das erstmal mal. Welches don't have me here, oder was? Was ist, wenn ich den falschen einfach nehme schon die ganze Zeit? Also, einen von den... Es leuchtet auch nur gefühlt einer, ne? Es war nur der, der hier irgendwie Gas gegeben hat. Nur der hat reagiert. Warte mal, jetzt lese ich mal weiter. Ja, und nun? Ist das denn jetzt richtig, oder was soll ich jetzt machen? Ich glaube, wir müssen uns mal weiter. A seal against evil. Das heißt, die anderen Steine muss ich noch woanders hin machen, aber wohin? Na? Wohin denn? Oh. Dear Mr. Construction Worker. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das Steinstück leuchtet ein bisschen. Nichts mehr als das. Viele Sachen leuchten. Das macht nicht, das sorgt nicht dafür, dass irgendwie sie oder der kleine Garten, der niedrige Garten gruselig sind. Heuer einfach andere Leute an von der Stadt. Ich habe gehört, dass da eine Menge im Hospital oder in der Nähe vom Krankenhaus unterwegs sind. Warum nimmst du nicht irgendwen von denen? Außerdem lass die Puzzlebox einfach da, wo sie ist. Es ist kein Müll. Ich habe sie gemacht für die Kinder. Einer. Einer. So, so. Ja, der eine Stein leuchtet. Und nun? Was ist das hier? Nochmal dir, Mr. Construction Worker. Ich muss sagen, sie sind wirklich sehr irrational. Ich möchte niemals als ungöttlich oder böse betitelt werden. Der Garten ist ein völlig normaler Platz. Wenn sie die Arbeit unbeendet niederlegen, wird das Konsequenzen für sie haben. Ich warne sie. Ich habe viele Kontakte. Ich werde einen Brief zu meinem Freund in der Stadt senden, welcher ein Barber, also ein was? Friseur oder was? Natürlich. Und natürlich werden sie Extremschwierigkeiten haben, einen neuen Job zu finden. Einer. Mhm. Das ist ja schon mal ein netter Typ. Und da kam ich. Hier geht es weiter. Hier ist eine Lampe. Juhu, eine Lampe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah. Ach. Ich weiß jetzt nur nicht... Welches Symbol muss ich denn jetzt nehmen? Ich das wüsste, ne? Wo genau bin ich denn jetzt hier? Ich weiß nicht, ich kann nicht sehen, welches Symbol hier jetzt ausschlaggebend ist. Warte mal. Ich kann es, ich kann es nicht erkennen. Hm. Na gut, wir können ja jetzt hier erstmal noch so ein Gedöns reinmachen. Welches haben wir denn da nicht gehabt? Dies hier, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich gucken soll. Jetzt leuchtet das. Ja, aber leuchtet es hier richtig? Dieses hatte ich doch gar nicht, oder? Warte mal ganz kurz. Den hatten wir. Den hatten wir. Das sind die Drawings. Okay, den hatten wir schon aktiviert. Der muss genau auf der Stelle sein. Dann nehme ich jetzt... Entweder das Dreieck oder den oder den. Den Schnörkel. Nehmen wir jetzt den Schnörkel. Der Schnörkel ist auf... Warte. Der Schnörkel ist auf... Auf den Zweiten von dem da. So. Okay. Merkwürdiger Garten. Wir haben völlig überzogen. Oh Mann. Ja, aber das passiert halt auch mal, wenn man so in Gedanken versunken ist. Und im Spiel. Okay, wir laufen mal wieder zurück. Machen dann in der nächsten Folge weiter. Und versuchen dann hier aus diesem merkwürdigen Garten rauszukommen. Warte mal, was haben wir hier für ein Schnörkel-Symbol? Ah, warte mal. Wir gehen zurück. Gleich wieder zu diesem... Zu diesem Dingsbums. Wir brauchen nämlich... Listing hier. Glaub ich. Sagte sie und hat das Spiel immer noch nicht... Hat die Folge immer noch nicht beendet? Oder ist es die richtige? Ah. Gut. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir müssen erstmal uns orientieren, in welcher Richtung welches Schnörkel-Symbol ist. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal komplett zurück. Und schauen uns das Ganze nochmal näher an. In welche Richtung wir müssen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage... Bis bald. Ciao.